Sky5 für mehr Details P90 P90 Skamadano Repair Tool Ah Okay Der Pionier In Battlefield 3 Wie man sagt Die Zip Line Und den Enter Haken Und Taser Und Wir spielen offensichtlich Polizei Wuhu Spawner Nadine Ich springe einfach mal ab Ich spürze Das wird nix jetzt so nubig oder das grad mega grad mega pink ohje 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 BAM ja gleich genutzt wurde schon wieder ok ich betritt 2 1 ok alles klar alles klar hier muss ich es offensichtlich hinbringen ich bin echt überrascht das wow du wichser du der hat mir mein Motorrad geklaut die kleine fixer du 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 Ich habe einen Arm-Charger geschlossen. Gratis, verletze den Bunk. Wow! Boah! Ich habe schon weiß, wie gesagt ich mich aufwecken. Der war saug, glaube ich, so richtig, wo er nahe soll. Wie der Hanna einfach nichts los ist und dann, wenn du ihn findest, bin ich gleich da. Oh, okay. Oh, okay. Okay, nah. Okay, nah. Suspensiert! My unit is down! Watch out, grenade! Let's do this! Officer, down! Boah! That was bad! Fuck! No, we are just a foreign medikit, right? Let's go! Bam! What? 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 Das muss ich in der Aufnung sein, nochmal anschauen. So, ich habe gerade geblickt. Das habe ich jetzt nicht geblickt. Okay. Oh! Oh! Was war das jetzt? Was war das jetzt? Wir werden irgendwann mal an der Explosion draufgegangen, soviel die Konti identifizieren. Was hat das informiert? Was hat das? Was hat das? Oh! Ich wollte sagen, steigen wir mal auf. Wahrscheinlich kriegen wir das gleich wieder so richtig hart auf die Schnauze. Da, nein, das war mein Kumpel. Ich war schneller. Dammit. Wieso? Danke. Point. There's no cash out there. 10.49. Need ammo now. Let's do this. Still a little sore. Let's hit these assholes. Come on. They're crazy about to go. Alter, was zum Teufel ist jetzt los, ey? No. 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 Hm. Ich glaube, ich nehme mal wieder Probleme. Es wird immer mehr Stabilität. Ich nehme mal wieder... MP7 9-9 Okay Alter, wie viele Gegner da rumrennen bei uns? Die sterben Uteam won 19 Ja Hm Kann man lassen Mit einer Verbesserung können Er würde sagen Verende mal die Aufnahmen hier an der Stelle und sag bis zum nächsten Mal bei Let's Play Battlefield Hardline Beta Ja Euer Shorty war am Start Und bis zum nächsten Mal